Epico ist ein Spiel wie Minecraft, bloß etwas ruhiger. Manche Sachen sind realistischer und unrealistischer. Als Fliegen zum Beispiel, wenn du zu Vögeln hinläufst, fliegen sie weg. Was bei Epico im Gegensatz zu Minecraft vom Spielster her anders ist, ist der besondere Fokus auf Bienenzucht. Am Anfang sind der Spielerin oder dem Spieler nur drei verschiedene Bienenarten gegeben, die sich vor allem durch ihr Verhalten unterscheiden. Weitere, seltenere Bienenarten sind entweder nur schwer zu entdecken oder müssen gezüchtet werden. Dadurch lernt man beim Spielen ein wenig über genetische Vererbung. Epico ist eine Mischung aus Minecraft, Pokémon und Animal Crossing. Es ist ein entspannendes Spiel mit schönem Design und atmosphärischer Musik. Der Spieler kann über sein Tun frei entscheiden. Gerade am Anfang muss allerdings viel gelesen werden, wobei das Spiel aber auch gespielt werden kann, wenn die Texte nicht beachtet werden. Trotzdem ist das Spiel schon eher für ältere Kinder zu empfehlen, da es zu Zeiten doch sehr komplex ist.